Die Frage, die ich mir stelle, Gregor, ist, ist der Mensch eigentlich eher in seiner Grundveranlagung eher Diktaturen zugeneigt oder einer Demokratie? Ich stelle die Frage deswegen, überleg dir mal ein kleines Kind, ist doch erstmal eigentlich kein Demokrat, oder? Also jetzt haben wir alle unsere Schulerlebnisse noch wahrscheinlich im Kopf, wo wir es auch mit dem ein oder anderen Diktator als unseren Schulkameraden zu tun hatten. Aber das sich Einlassen auf Konsens, auf Mehrheitsabstimmung, ist doch eigentlich im Menschen von der Grundlage her nicht veranlagt. Oder liege ich da komplett falsch? Nein, ich glaube, das liegt aber daran, dass Kinder ja auch diktatorisch aufwachsen, die Eltern haben, zu entscheiden. Und selbst wenn sie sehr lieb sind und sehr nett sind, letztlich treffen sie trotzdem bis zu einem bestimmten Alter die wesentlichen Entscheidungen für die Kinder.